So Freunde, Freitag und das bedeutet natürlich VA-Check für Spieltag 33 und da wollen wir gar nicht lange zappeln und gehen direkt rein. Ich bin Max, ich bin sehr froh, dass ihr mit am Start seid. Lasst gerne ein bisschen positives Feedback da, ein Like, wenn es euch gefällt, ein Abo, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal hier seid. Und damit ist genug gequatscht und wir legen los. Und wir starten wie immer mit den Bayern und da gibt es ein paar Neuigkeiten. Zum einen hat sich Serge Gnabria wieder verletzt, gegen Real musste ausgewechselt werden. Sehr bitter, fällt aus bis zum Saisonende logischerweise, bin sehr gespannt, wie es aussieht mit der Euro. Und auch Jamal Musiala hat Problemchen, genauso wie Harry Kane. Musiala wird wahrscheinlich ausfallen gegen die Wölfe, bei Kane muss man noch gucken. Wenn der wegfällt, dann ist wirklich die absolute C-Elf bei den Bayern, dann würde Choupo in den Sturm rücken und Brian Saragossa neben Mattis Tell über die Außen, weil ja auch Kingsley Coman weiterhin nicht zur Verfügung steht. Müller auf der 10 für Musiala, Leimer, der in der Champions League ja nicht gespielt hat, für Pavlovic, der ja von Krämpfen geplagt war am Ende. Da gehen wir von aus. Und sonst, Davis zurück, der sollte reinrutschen, Daya und Kimmin Jey, wobei ich auch mir vorstellen könnte, dass Daya Upamecano mal wieder einen Einsatz bekommt. Ist ja jetzt wirklich nur noch Schaulaufen für die Bayern. Rechts Kimmich, wobei Sascha Bowie wieder fit wäre und auch wieder mittrainiert. Und auch Buna Sar wäre eine Option, aber ich glaube, dass es Kimmich wird. Kann mir aber vorstellen, dass Bowie vielleicht mal eine Halbzeit bekommt, einfach um so ein bisschen Spielzeit zu generieren bei den Bayern. So, dann Dortmund morgen Abend gegen Mainz. Die hatten jetzt einen Tag länger zur Regeneration als die Bayern, aber auch da wird es jede Menge Rotation geben. In der 4er-Kette auf der 6 vielleicht Wädchen mal wieder mit einem Einsatz. Könnte ich mir sogar vorstellen gegen Mainz. Matcher Reus, der wird mit Sicherheit spielen, Mahlen wieder, der ja fit ist in der Champions League, noch nicht so zum Einsatz gekommen ist. Baylo Gittens könnte wieder ran und Sebastian Haller wird ausfallen. Und das spielt Yusufa Moukoko ja mehr oder weniger in die Karten, weil ich könnte mir vorstellen, Phil Krug bekommt eine Pause. Moukoko wird belohnt nach seinen Toren. Letztes Wochenende in der Bundesliga bekommt nochmal einen Einsatz gegen die Mainzer. Dann Leipzig, da entscheidet sich der Einsatz von David Raum kurzfristig. Das hat Marco Rose verleuten lassen auf der Pressekonferenz. Wenn er nicht spielen kann, dann sehen wir da Mohamed Simakon als ersten Ersatzmann. Henrichs dann auf links, Simakon auf der rechten Seite. Seiwald ersetzt Xaver Schlager, das ist schon durchgesickert. Genauso wie Baumgartner Xavi Simmonds, den der gesperrt ist, ersetzen wird. Und vorne Dani Olmo und Benjamin Ceschko, beide leicht angeschlagen. Da haben wir einmal Elif Elmas und Jussi Paulsen natürlich. Paulsen könnte ich mir vorstellen, dass er spielt. Bei Olmo glaube ich, dass es reicht und der am Ende dann den Vorzug bekommt vor Elif Elmas. Dann Union im absoluten Kellergipfel gegen Köln. Vielleicht das wichtigste Spiel der ganzen Saison für die Eisernen. Deswegen viel Erfahrung. Neuer Trainer wird auf Trimmel setzen. Roussillon, Viererkette, wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr defensive Stabilität im Vergleich zu den letzten Wochen. Mittelfeld mit Aronsen, mit Khedira und mit Schäfer. Das sind so die stärksten, die aktuell da rumlaufen. Aronsen zuletzt ja auf der Bank. Gosens über links. Hollerbach, der viel Tempo mitbringt über die rechte Seite. Und im Sturm Chris Bedier, der getroffen hat nach Einwechslung gegen Bochum. So kann ich mir das gut vorstellen. So können wir uns das gut vorstellen. Dann bin ich sehr gespannt, wie das Ganze dann wird. Gegen den 1. FC Köln. Die Freiburger stellen sich im Grunde genommen von selber auf. Höfler kehrt zurück. Deswegen rutscht Höhler wahrscheinlich einen weiter nach vorne. Und dann die Frage, Grifo von Beginn an oder nicht. Gregoritsch wäre der Ersatzmann. Ich glaube, Grifo hinten raus. Der hat so eine erfolgreiche und lange Zeit bestritten mit Christian Streich. Den würde er die letzten beiden Partien, glaube ich, von Beginn an ranlassen. Dann Leverkusen nach diesem Finale Furioso. Erneut gestern in der Europa League. Da wird es mit Sicherheit auch Rotation geben. Stanić, der Siegtorschütze, der könnte von Beginn, äh, der Torschütze zum Unentschieden. So ist es richtig. Der könnte von Beginn an spielen. Andrich wird safe zocken. Der saß ja nur auf der Bank. Grimaldo könnte eine Pause bekommen. Ich glaube, Ložek wird weiterspielen, weil der aktuell wirklich gut drauf ist. Und Xavi Alonso ihm, glaube ich, das einfach gönnt, dass er einfach gerade einen guten Lauf hat. Hat ja nicht viel gespielt über die Saison hinweg. Ich glaube, Boniface wird starten. Gegen Bochum ist so mein Bauchgefühl. Und in der Dreierkette wird es Tabsobar. Hinkarp hier vielleicht mit einer kleinen Pause, der sich gestern wirklich extrem abgerackert hat. Das ist so mein Bauchgefühl. Frankfurt ist im Grunde alles safe. Da gibt es wie immer Diskussionen auf der linken Seite. Das hat Topmöller eben auch erklärt auf der Pressekonferenz. Entweder Buta, dann wäre Dina Mbimba auf der linken. Oder eben Philipp Max, dann wäre Dina Mbimba auf der rechten Seite. Ich persönlich habe irgendwie das Gefühl, es wird Philipp Max hinten raus. Bekommt da nochmal ein bisschen Spielzeit im Duell mit der Borussia aus Mönchengladbach. Und sonst bleibt da alles beim Alten. Dann die Wölfe. Da kehrt Sebastian Bonneau zurück nach einer Sperre. Jens hat den letzte Woche vertreten. Hat das, wie ich finde, gar nicht so schlecht gemacht. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn Jens nochmal von Beginn an spielen würde. Vielleicht zusammen sogar mit Sebastian Bonneau gegen die Bayern. Würde mich nicht wundern, wenn C-Sieger auf der Bank sitzt. Mehle rechts, Paredes links, Gerhard und Arnold im Zentrum. Das hat sich eingespielt. Es gibt natürlich die Möglichkeit noch mit einer Viererkette. Dann würde Paredes eventuell ein zurückrutschen. Und Maier oder Tomasch hätte einen Platz vorne. Ich glaube, das wird die Dreierkette. Und vorne Barco Wind und Patrick Wimmer. Die haben sich da etabliert in den letzten Wochen. Bei Mainz ist im Grunde genommen auch alles safe. Unisivo könnte vielleicht noch ein Kandidat werden für das Spiel gegen Dortmund. Da hofft Bo Henriksen zumindest drauf. Ich bin gespannt, ob es reicht. Wittmar wird weiterhin rechts spielen. Kassi links. Amiri kehrt zurück ins Zentrum. Das ist ganz, ganz wichtig für die Mainzer gegen Dortmund. Auch für die ein ganz, ganz wichtiges Spiel zu Hause. Natürlich. Und dann ist eben die Frage, Gruda, Ajorg oder Unisivo. Es muss im Normalfall Brian Gruda werden. Alles andere würde mich extremst wundern. So, Gladbach im Duell mit Frankfurt. Omlin sollte in den Kasten zurückkehren. Das sollte reichen. Nikolas dann wieder auf der Bank. Dreierkette steht. Itakura wieder hinten. Ich finde, da gehört er auch in. Ist zumindest meine Meinung. Skelly oder Luca Netz über die linke Seite. Ich persönlich würde mich freuen, wenn Luca Netz mal wieder ein paar Spiele bekommt von Beginn an. Weil ich finde, Potenzial ist unbestritten da. Auch mehr als bei Joe Skelly. Bin ich gar kein Fan von. Honorar über rechts ist gesetzt. Ich persönlich glaube, dass Luca Netz ran darf. Und vorne dann eben Robin Hack. Der gesetzt ist neben, ja, eigentlich Alassane Pleyar. Es tut mir leid an Tobi. Aber Thomas Czwanchara kannst du aktuell noch nicht gebrauchen. Der braucht mindestens mal noch den nächsten Sommer, sage ich, um richtig anzukommen. In der Bundesliga. Deswegen Pleyar neben Robin Hack. So, Köln gegen Union, habe ich eben schon gesagt. Im Rhein-Energie-Stadion. Dann Schmitz, Hübers und Fingrefe. Die drei sind safe. Chabot war ja leicht angeschlagen nach dem Spiel gegen Freiburg. Da wäre Heinz natürlich der Backup. Ist ja völlig logisch. Wenn Chabot fit wird, dann spielt Chabot. Ist jetzt schon auf dem Sprung zu Stuttgart, mehr oder weniger. Genau wie Justin Diehl können beide zusammen hinfahren. Und dann ist viel Chaos, ne? Mittelfeld. Der Zweikampf zwischen Hussein Basic und Ljubicic. Hussein Basic war zuletzt besser drauf. Für Ljubicic spricht vielleicht die Erfahrung. Ich glaube, es macht am Ende tatsächlich Dejan Ljubicic. Oder vielleicht beide, weil Erik Martell hatte ja Knieprobleme. Der ist aber wieder zurück im Training. Also wenn der fit ist, wird der 100% spielen. Christensen wäre da auch nur eine Option. Sonst wird es aus meiner Sicht Hussein Basic und Ljubicic im Mittelfeld. Dann Ali Du, der sich krankheitsbedingt abgemeldet hat. Also auch das wird eine Last-Minute-Nummer. Ansonsten Linton Meiner. Sonst ist Ali Du aktuell, der die Nase vorne hat. Kein sollte starten vor Waldschmidt. Eventuell auch da beide. Da müsste Tickets weichen. Damian wäre dann eine Option oder auch Justin Diehl. Also es ist wirklich viel Chaos. Ich würde mich da auch jetzt wirklich nicht auf die Kölner Offensivkräfte fokussieren. Am Wochenende, wenn ihr noch Punkte machen wollt. Aber ja, sehr, sehr viel möglich. Definitiv. So, Hoffenheim. Dankbares Matchup gegen Darmstadt. Wir haben schon drüber gesprochen. Akpoguma, safe and call. Der wird den Vorzug bekommen von Tim Drexler. Da gehen wir von aus. Bild da über die linke Seite. Stach, der im Mittelfeld gut gespielt hat. Auch den gibt es für kleines Geld. Kann man gut aufstellen am Wochenende. Und Bebu hat mich und glaube ich uns alle nicht so wahnsinnig überzeugt. Am letzten Spieltag gegen Leipzig. Deswegen Wout Weghorst neben Maximilian Bayer. Das hat über weite Strecken der Saison sehr gut funktioniert. Erwarten wir so auch gegen Darmstadt. Bremen. Gibt es gar nichts zu sagen. Die einzige Änderung, die im Raum steht, ist eben Jens Stay für Leonardo Bittencourt. Ein bisschen defensiver das Ganze gegen Leipzig eventuell. Weil Stay war ja lange raus nach seiner roten Karte. Letztes Spiel nur eingewechselt worden. Also der könnte da mal wieder von Beginn an ran. Ansonsten funktioniert die Bremer Mannschaft im Augenblick ganz gut. Ich bin gespannt, wie die sich schlagen in Leipzig. Bochum hat sich auch eingegroovt. Definitiv mit Heiko Butcher. Ich meine sieben Hütten gemacht in den letzten beiden Partien. Vier gegen Union. Drei gegen Hoffenheim. Das ist wirklich nicht verkehrt. Passlack, der wirklich aufblüht. Hätte ich nie im Leben erwartet. Ordez stark. Schlotterbeck sowieso. Osterhage wieder drin. Lusilia, der zurückkehrt nach Gelbsperre, meine ich. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Der Kapitän wieder mit an Bord. Asano, auch der kehrt zurück. Den sehen wir da vor Bero, der mir nicht so gut gefallen hat. Broschinski wäre für mich dann noch die erste Alternative vor Matosch Bero, wenn ihr mich fragt. Also ich finde es ein 50-50-Duell zwischen Asano und Broschinski. Bero sehe ich da ein bisschen außen vor. Und dann eben Wittek, der zuletzt doppelt getroffen hat gegen Hoffenheim. Und vorne drin eben Philipp Hofmann. So, Augsburg, Pedersen oder Iago auf der linken Seite. Ich habe das Gefühl, es könnte Iago werden, weil Pedersen einfach nicht gut war. Augsburg zuletzt mehr oder weniger abgeschossen wurde. Und da braucht es einfach einen neuen Impuls in der Viererkette. Deswegen ist das mein Empfinden. Jakic kehrt zurück. Auch da glaube ich nach Gelbsperre. Den möchte Augsburg übrigens unbedingt fest verpflichten. Fände ich einen sehr guten Transfer, weil der gut geklappt hat, seitdem er da ist. Engels oder im Zweikampf mit Dorsche, Mittelfeld, Meier und Vargas davor. Und dann Demirovic vorne drin neben Tietz, Michel oder Bellio. Ich glaube, es wird Philipp Tietz, weil das über weite Strecken einfach sehr gut funktioniert hat in diesem Jahr. So, Stuttgart. Ganz wichtig. Naja, was heißt ganz wichtig? Hat ja auch ohne geklappt. Aber Maxi Mittelstädt ist zurück nach seiner Sperre als Linksverteidiger. Deswegen rückt Ito wieder rein. Und dann ist der Zweikampf eben auf der rechten Seite. Rouault oder Stair-Giou. Beide stark. Rouault hat vor ein paar Wochen sehr großes Lob bekommen, dass er sich im Training so reingehauen hat. Stair-Giou hat einfach gut gespielt zuletzt gegen Bayern getroffen. Deswegen sehen wir den vor dem Franzosen Mio, der im Normalfall mal wieder starten sollte. Auf der rechten Halbposition habe ich auch aufgestellt in der Championship Challenge. Links Führig oder Leveling. Leveling, der wirklich richtig krass war zuletzt. Also ich hatte den immer so nicht so ganz auf dem Schirm. Aber hinten raus ist der wirklich richtig stark geworden. Ich hoffe sehr, dass Stuttgart den halten kann. Dann auch in einem Fall, wo Führig vielleicht geht, sehe ich den echt als potenzieller Nachfolger. Silas, auch der könnte gehen übrigens. Hat einen Preisschild von 10 Millionen bekommen. Bin auch gespannt, was da passiert. Ich finde, das Geld könnte man ganz gut gebrauchen. So stark fand ich ihn jetzt nicht in diesem Jahr. Und vorne dann eben die beiden starken Stürmer Undaf und Ceru Gürassi. Bei Heidenheim kehrt Leonard Maloney wahrscheinlich zurück in die Startelf. Und Piringer darf starten zum wiederholten Mal, aber als einzige Spitze, weil Tim Kleindienst gelb gesperrt ist. Der fällt aus gegen Freiburg. Ansonsten sieht das Ganze so aus wie immer. Und Darmstadt mit Müller, Klara und Maglitzer. Das ist die Dreierkette mit der wir rechnen. Kempe im Mittelfeld, der zurückkehrt. Und vorne eben wieder alles möglich. Mehlem, der wieder da ist, extrem wichtig für die zweite Liga. Dann im nächsten Jahr. Vielleicht sehen wir ihn auch in der ersten Liga. Ich bin sehr gespannt. Und vorne eben Seidel, Pfeiffer oder Wilhelmsson neben Tim Skagge, die über die Saison sehen, wie ich finde, besten Darmstädter. Und damit sind wir durch. Ich wünsche euch jetzt ein richtig starkes vorletztes Bundesliga-Wochenende. So schnell geht das schon. Ganz, ganz dicke Punkte. Und dann sehen wir uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.